Hi Leute, zu Hause in Deutschland aus Venice Beach in wunderschönen Florida. Ich hoffe, ihr könnt uns hören. Die Wellen sind ziemlich laut, aber dafür sieht sie einfach schön aus. Ja, die Reise neigt sich so langsam dem Ende zu. Kaum zu glauben, wie schnell die drei Monate rumgegangen sind. Aber wir hatten eine unglaubliche, eine grandiose Zeit und wirklich viel Spaß. Wir hoffen, ihr hattet auch viel Spaß. Danke auf jeden Fall, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr abgestimmt habt, dass ihr uns Vorschläge geschickt habt für Themen, für Artikel. Ohne euch hätte das alles nicht funktioniert. Grandios. Die letzte Wochenaufgabe ist im Moment noch zur Abstimmung. Es sind noch ein paar schöne Vorschläge dabei, deswegen macht da nochmal mit. Natürlich freuen wir uns schon ein bisschen darauf nach Hause zu kommen, sehen aber dem Ende der Reise auch noch etwas Wehmut entgegen, weil wir werden das Reisen auf jeden Fall vermissen. Und deswegen hatten wir auch schon die fixe Idee, eine Reise durch Asien zu machen. Also quasi eine asiatische Edition, irgendwie mit der transsivirischen Eisenbahn oder so. Also quasi Trip-Asien. Nicht so witzig? Nö, irgendwie nicht. Okay. Aber was auch immer, wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf. Bis dahin, wir melden uns dann, wenn wir wieder sicher in Deutschland angekommen sind. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.